Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Hateblog und es ist wirklich traurig, dass ich diese Folge machen muss. Ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht. Da habe ich meinen Brief, meine Vorladung, meinen Gerichtstermin für meine Verhandlung gepostet. Am 15.06.14 Uhr, Sitzungssaal 22 und so weiter. Da haben die Leute sich schon gewundert, was ist passiert Ramses? Was hast du wieder gemacht? Das war noch eigentlich ganz lustig. Ich bin bis zu dem Moment, bis die Verhandlung war, ich konnte zwar nie ruhig schlafen, weil es mich so angefressen hat. Ich war so gewurmt davon, dass es überhaupt eine Verhandlung gibt. Es hat mich so schon aufgeregt im Vorfeld, dass so eine banale Sache einfach so dämlich gelöst werden soll. Und dass es einfach wieder mal nur darauf hinausläuft, Geld zu machen, die Leute abzuziehen. Und ich wäre der Letzte, ich wäre mir gar nichts mehr wert, wenn ich jetzt auch noch dazu schweigen würde, das über mich ergehen lassen würde. Wenn es so weit geht, dass die Polizei unter Eid aussagt und lügt und diese Lügen, die von niemandem gedeckt werden, die alleine durch eine einzelne Aussage kommen, geglaubt werden. Und dass dem Recht gegeben wird, obwohl mehrere andere Leute genau das Gegenteil behaupten, dann weiß ich echt nicht mehr, wo wir hier angelangt sind. Genau dieser Tag hat mir den Glauben an die Menschheit genommen. Genau dieser Tag hat mir gezeigt, es gibt keine Gerechtigkeit. Die Justiz versagt auf allen Ebenen und ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich möchte euch die ganze Situation jetzt mal erklären. Ich habe dazu hier mal was vorbereitet. Das sieht auf den ersten Blick eigentlich ganz lustig aus, ja. Weil es mit Paint gezeichnet ist. Hier unten ist auch Adolf der Wahl. Der macht Werbung für den Livestream am Montag, weil ich musste hier diese Lücke irgendwie füllen, dass das hier nicht so hässlich aussieht. Jetzt folgendes Problem. Ich hole regelmäßig meine Mutter. Meistens am Sonntag hole ich sie nachmittags, weil wir dann zusammen Sonntag was machen wollen, essen gehen oder irgendwas, dass wir uns wenigstens einmal die Woche sehen. Solange wie man seine Mutter hat, sollte man das pflegen, sage ich immer. Und jetzt war es für mich ein ganz normaler Tag, beziehungsweise auch nicht. Denn es war Theresienfest. Vielleicht kennt ihr das bei euch aus der Stadt. Manchmal sind es so Stadtfeste und irgendwelche Sachen. Auf jeden Fall war Theresienfest und jedes Mal am Ende des Theresienfestes gibt es auch den Theresienfest-Umzug. Ich habe euch hier jetzt mal eine Kreuzung angemalt. Um diese Kreuzung geht es in der heutigen Sendung. Ihr seht, das ist wie ein Kreuz. Und um es zu erklären, hier oben, was ihr seht, das ist die Auffahrt auf den Markt in Hildburghausen. Hier sind Zebrastreifen. Hier ist das... Wir können das ja immer so einzeichnen hier. Ach, ich wollte doch blau nehmen. Blau, so. Hier ist ein ganz großes Gebäude. Hier ist nämlich die VR-Bank. Genau hier an der Straße. Geht auch vom Markt aus. Man kann hier drüben zur VR-Bank laufen. Hier ist meiner Meinung nach der Goetheplatz. Hier ist nämlich der Farbenbauer. Das ist ein Geschäft. Und vor dem Farbenbauer ist hier ein schöner Brunnen. Da saß ich mit dem Iswo auch schon drin im Sommer, wo wir Video gedreht haben. Auf jeden Fall ist hier die VR-Bank. Hier ist der Farbenbauer. Hier ist der Farbenbauer Brunnen. Das ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Das ist ein Gebäude. Hier ist verkehrsberuhigt. Da darf man Schrittgeschwindigkeit noch fahren, weil das ist alles eigentlich der Marktbereich. Das ist auf jeden Fall keine aktive Straße. An diesem besagten Tag war der Theresienfest-Umzug, der mich eigentlich sonderlich wenig interessiert hat. Denn der Theresienfest-Umzug kam von Richtung Markt. Die sind vom Markt aus hergelaufen, sind abgebogen und sind gemütlich hier die Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße entlang. Wir machen noch ein paar tausend Pfeile dran. So. Die sind also alle hier langgelaufen. Ist ja okay. Aus dem verkehrsberuhigten Bereich heraus rüber in die Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße. Hier um die Kurve. Ich wollte meine Mutter abholen. Ich kam aus Richtung Coburger Straße angefahren. Ich war also hier. Ich habe gesehen, okay, da ist der Umzug, alles klar, interessiert mich nicht. Ich biege also ab, zack, in die Eisfelder Straße, fahre Richtung Hessberg und hole meine Mutter. Reinwärts war das Ganze dann anders. Ich dachte also reinwärts, ich komme auf dieser Straße an. Ich ordne mich links ein. Und ich fahre gemütlich hier diesen Weg rüber, wieder in die Coburger Straße, von der ich ja vorher schon herkam. Weil ich ja da rauswärts gefahren bin, möchte ich da wieder reinfahren. Weil, was interessiert mich hier oben der Umzug? Der Umzug ist nicht mal in meiner Nähe. Der Umzug hat mit mir nichts zu tun. Der Umzug kann hier langlaufen, wie er will. Ich bin hier drüben. Aber weit gefehlt. Denn jetzt kommt das Problem. Ungefähr, machen wir es mal mit Dunkelblau. Hier vor der VR-Bank stand ein Polizeiauto. So. Hier stand wohl eine Polizistin. Für mich als so eine nicht zu erkennen. Sah eigentlich aus wie einfach nur jemand von der Security, die halt immer drum rumstehen, um den Umzug. Die ja verteilt überall da rumhängen. So. Polizeiauto hier. Wunderbar. Jetzt kam ich an. Und als ich ankam, stand hier schon ein Auto. Der wollte sicherlich rechts abbiegen. Aber konnte da ja nicht abbiegen, weil da war ja der Umzug. Jetzt stand hinter dem ein Auto. Der war ungefähr hier. Genau. Der ist voll an den Rang gefahren, wie ihr seht. Der hat nicht geblinkt und gar nichts. Ich gehe mal davon aus, diese Person wollte eigentlich geradeaus. Wo aber der Umzug war. Der durfte also nicht fahren. So. Jetzt kamen von hier Autos. Hier hat dann einer gestanden. Dahinter hat jemand gestanden. Da hat auch noch jemand gestanden. Alles Auffahrunfall. Die auf diesem Streifen kommen, die können ja auch nicht fahren. Weil die von diesem Streifen können ja nur geradeaus fahren. Auf die Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße. Aber das ging ja nicht, weil der Umzug war ja da. Die, die hier unten stehen, die können nur abbiegen. Auf die Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße. Wo ja aber der Umzug war, weil die sich so breit gemacht haben, dass sie im Prinzip auf beiden Seiten gelaufen sind und halt hier alles in den Beschlag genommen haben. Jetzt kam ich mit meinem Auto wieder an. Habe hier gestanden und habe gedacht, okay, es geht ja nicht weiter, weil die vor mir stehen. Nichts passiert. Irgendwann hat sich der Kollege hier entschlossen, in diesem Auto sein Fahrzeug zu wenden. Er fährt also hier hin. Setzt das Auto zurück. Biegt wieder ab. Fährt fünfmal hin und her. Auf der Kreuzung, bis er irgendwann den Weg auch hier zurück geht. Für mich eine ungeduldige Person, die halt nicht ewig da stehen wollte und warten wollte, bis er weiterfahren kann. Also wendet er sein Auto auf der Kreuzung. Auf der Kreuzung, wo trotzdem von links Autos der grünen Spur entlangfahren können, wo man schlecht sieht, ob da überhaupt jemand kommt. Würde ich niemals machen. Ich würde niemals mitten auf der Kreuzung hier mein Auto wenden und hier langfahren, wenn von da welche kommen und mir reinfahren können. Keine Ahnung. Er hat also sein Auto gewendet, gemütlich. Er war also nicht mehr da. Den denken wir uns mal weg. Jetzt bin ich also mit meinem Auto vor an die Kreuzung gefahren. Stande dann also ungefähr hier. Er stand immer noch da, weil er konnte ja nicht abbiegen, hat auch nicht gewendet. Und ich dachte mir, was interessiert mich der Umzug? Ich möchte doch einfach nur meinen Blinker setzen und hier links abbiegen. Normal meine Straße, wie ich auch vorher schon abgebogen bin. Die müssen eh warten. Das Auto steht halt am Rand vom Dings. Die Frau steht auch da. Keine Ahnung. Ich kann doch jetzt hier langfahren. Ich habe meinen Blinker gesetzt. Ich bin losgefahren. Und während ich so losfahre und ungefähr hier auf der Kreuzung schon bin, beim hier abbiegen, kommt diese Frau laut schreiend auf mich zugerannt, wie eine Blöde, ungefähr so. Hüpft halb vor mein Auto, fuchtelt rum, schreit wild rum. Ich wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Ich bin auf jeden Fall, naja, ich war halb im Schockzustand. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was will die denn? Bin also gemütlich weitergefahren, weil ich ja abgebogen bin. Ich wollte jetzt nicht mitten auf der Kreuzung stehen bleiben und bin meinen Weg hier weitergegangen. Ganz normal. Ich habe es nicht verstanden. Wo war jetzt das Problem? Hat sie gedacht, ich will hier in den Umzug reinfahren, ungefähr so. Oder hier hat sie gedacht, ich will so über den Platz fahren. Eine Amokfahrt. Okay. Kann ja alles sein. Verstehe ich trotzdem nicht. Jetzt habe ich nicht schlecht gestaunt, denn kurze Zeit später habe ich Post bekommen. Ich sollte einen Strafzettel bezahlen, weil ich erstens was nehmen wir jetzt? über den Goethe-Platz abgebogen bin in Richtung Coburger Straße, wo ich mich frage, wie kann man über den Goethe-Platz abbiegen, dann wäre ich ja durch das andere Auto gefahren, ich wäre durch die Menschenmasse gefahren, ich wäre durch den Brunnen gefahren, wieder durch die Menschenmasse, durch das Polizei-Auto und dann die Hauptstraße entlang, also was heißt, ich bin über den Goethe-Platz abgebogen, ich verstehe es nicht. Ich bin einfach links abgebogen in die Eisfelder Straße, aber ich bin nicht über den Goethe-Platz abgebogen. Es steht aber genauso drin, dass ich über den Goethe-Platz abgebogen wäre, ich soll deshalb auch 20 Euro Strafe bezahlen, gleichzeitig stand drin, dass ich die verkehrs, äh, äh, die verkehrsweisenden, äh, Signale der Polizistin missachtet habe und dem nicht Folge geleistet habe, da sie mir angeblich befohlen hätte, ich solle mein Auto auf dieser Kreuzung rumdrehen und wieder wegfahren. Wie kann man bitte schön verlangen von jemandem, dass man auf dieser Kreuzung, wo hier Autos durchfahren können, die nicht gucken, die grün haben, die einfach darüber fahren, wie kann man bitte verlangen von der Person, hier das Auto rumzudrehen auf dieser vielbefahrenen Kreuzung, das ist lebensgefährlich, was bringt es mir, wenn ich zurückfahre, hier unten langfahre, dann gäbe es nämlich nur die Möglichkeit, wenn ich ganz außen rum fahre, komme ich irgendwann hier am Ende dieser Straße raus, wo genau der Umzug vor mir steht. Ist also kompletter Schwachsinn, das ergibt null Sinn, gar nichts. Noch dazu, als ich an der Kreuzung stand, war diese Dame mit dem Gesicht zu Coburger Straße und den Autos geneigt, ich habe sie nur von der Seite gesehen, sie hat mich nicht angeschaut, sie hat mir keine Zeichen gegeben, sie hat gar nichts gemacht, ich stande hier, sie stande da, bei den Autos hat sie nur die Hände fix hochgehalten, wie es auch jeder normale Mensch machen würde, wenn da welche angefahren kommen, mit Halt, Stopp, langsam, bremst ab, nicht weiter, sie warum bitte also dürfen diese Autos stehen, obwohl die ja gar nicht weiter kommen und der, der hier unten steht, der eigentlich abbiegen kann, weil frei ist, warum muss der rumdrehen? Ich verstehe es nicht, das erschließt sich mir nicht, dann soll sie doch die Autos rumdrehen lassen und die Autos rumdrehen lassen oder sie soll die Autos stehen lassen und die Autos auch stehen lassen. aber sie hat ja weder mir ein Zeichen zum rumdrehen gegeben noch irgendwas anderes weil sie hat genau auf die Coburger Straße geguckt und hat sich den Leuten gewidmet und in dem Moment habe ich gedacht ich war ja in der Fahrschule ich kenne voreinander abbiegen wenn die so abbiegen kann ich so abbiegen da kommt sich nichts in die quere das ist alles kein Problem voreinander abbiegen so löst du die situation deine spur ist auf jeden fall frei du kannst da lang fahren wie sich raus stellt war es jetzt aber ein schwer verbrechen diese frei befahrer frei befahrbare straße entlang zu fahren ich habe also einen widerruf gemacht einen widerspruch und wollte bitte erklärt haben wo der Goetheplatz genau ist und warum es heißt dass ich über den Goetheplatz gefahren bin und was es bitte für Anweisungen für mich gab da mir keine Anweisungen gegeben wurden und ich ja normal auf meiner Straße fahren konnte niemanden gefährdet habe meine Straße frei war ich habe kein antwort schreiben in dem sinne bekommen ich habe einfach eine andere aufforderung bekommen und aus den 20 euro sind plötzlich 50 60 euro geworden 50 glaube ich ich sollte statt 20 euro auf jeden fall 50 euro bezahlen ohne dass die noch mal was dazu gesagt haben ohne dass sie mir das erklärt haben und in dem Moment habe ich dann gedacht nein 20 euro okay wenn ich es verstehe ich verstehe es aber nicht sie verstehen es wahrscheinlich selber nicht jetzt soll ich plötzlich 50 euro bezahlen ich weiß immer noch nicht was falsch war ich weiß immer noch nicht wo das problem ist also habe ich gegen die 50 euro auch einen widerspruch gemacht und schon wurde ich vor das gericht gezerrt und ich habe wirklich gedacht okay vor gericht wird sich das alles klären jetzt sind wir also bei gericht ich erkläre es der richterin die mich alleine angehört hat und die richterin sagt selbst zu mir herr hess ich glaube nicht dass die polizistin sie gebeten hat hier auf dieser kreuzung rumzudrehen und ihr auto zu wenden das glaube ich nicht und ich sage schauen sie doch einfach in den brief den ich bekommen habe es steht ganz eindeutig selbst drin in dem vorwurf dass ich der verkehrs äh der verkehrs äh weisung der verkehrsweisenden von der polizistin nicht nachgekommen bin mein fahrzeug zu wenden und rumzudrehen also in dem moment die richterin selbst sagt dass das schwachsinn ist dass ich hier rumdrehen sollte es steht aber genauso drin dass ich hier rumdrehen sollte ich habe mich also gut gefühlt und gedacht siehste selbst die richterin finde das schwachsinn dann wurde natürlich die polizistin dazu geholt die polizistin hat ausgesagt nee ich hätte mein auto ja gar nicht wenden müssen es hätte auch ausgereicht wenn ich da stehen geblieben wäre auf einmal also sie sagt plötzlich was ganz anderes aus als in ihrer forderung drin stand wo ganz klar eindeutig war dass ich die weisung von ihr bekommen hätte mein auto zu drehen eine weisung von der ich selbst nichts weiß weil sie gar nicht zu mir geguckt hat und jetzt sagt sie ich hätte auch stehen bleiben können nee sie hat sie hat gesagt ich soll stehen bleiben oder rumdrehen weil ich da nicht durch kann stimmt auf jeden fall nicht ist gelogen ist quatsch sie redet sich raus aber das härteste kam dann immer noch sie hat gesagt ich konnte auf meiner spur hier gar nicht abbiegen weil ihr polizeiauto das machen wir jetzt mal orange stand angeblich nicht am straßenrand sondern stand quer über die abbiegerspur und auf der mittelspur weil sie diese beiden straßenseiten mit ihrem kleinen pinkeligen auto abgesperrt hat was überhaupt nicht möglich ist denn das war so eine kleine kackmühle die reicht für eine die straße hier ist ziemlich breit muss ich dazu sagen weil das eben so rum geht ist das ziemlich breit sie hätte es vielleicht hier davor stellen können sozusagen so ein stück dann hätte man aber immer noch so viel platz hier oben durchzufahren weil die obere spur frei ist sie sagt aber sie hat ja mit ihrem auto diese komplette straße blockiert und der herr hess ist also einfach los gefahren und durch den gegenverkehr er ist auf der gegenfahrbahn abgebogen weil er konnte ja nicht hier oben langfahren da sie das ja blockiert hat und der herr hess ist also einfach auf der gegenfahrbahn schnell abgebogen um diese ganzen autos rum dann wahrscheinlich wieder auf seine fahrbahn und dann nach hause und der herr hess hatte glück dass hier unten scheiße der herr hess hatte glück dass hier in dem moment kein auto kam und abgebogen ist sonst hätte das böse ausgehen können ich hab mir nur gedacht was labert sie für scheiße ich hatte glück dass da kein auto kam aber sie dreht autos hier rum auf der kreuzung die auch glück haben müssen dass kein auto von da kommt wie kann sie den leuten anweisung geben hier zu drehen wenn ja jetzt angeblich auch laut ihrer eigenen aussage diese straße frei ist und da autos kommen können und wenn ich schon keinen bock hab hier rum zu drehen von mir aus selbst wenn ich hätte warten müssen hätte ich lieber gewartet als hier rum zu drehen wenn ich sehe da kommen immer zu autos warum sollte ich bitteschön jetzt auf der gegenfahrbahn langfahren als geister fahrer das ergibt gar keinen sinn und ich denke was sie wurde einfach nur aus dem nichts gefragt auf welcher spur ich denn abgebogen bin sie hat gesagt naja auf der äußeren spur bei der vr-bank an dem gebäude entlang also hier und dann hat sie nochmal gesagt weil die polizistin gemeint hat ich wäre hier lang gefahren und sie sagt nein das stimmt nicht das ist doch quatsch warum sollte man da lang fahren und ich denke ok vielleicht sieht man ja jetzt einfach mal dass die polizistin lügt schon wieder und dass das totaler bullshit ist warum sollte man diese spur mit dem auto auch absperren ich verstehe es nicht wenn man sich hier vorstellt ok warum sollte man sich hier hinstellen wenn der umzug hier hinten ist wer soll denn von hier kommen keine sau kommt von hier und wer soll nach hier fahren ich kann da lang fahren was interessiert mich das hier drüben denn es interessiert einen scheiß und jetzt dachte ich die richterin ist wirklich so schlau das zu erkennen die lügt das zweite mal und dann heißt es nur ja gut aber hier geht es ja jetzt gar nicht darum auf welcher Spur der her ist abgebogen ist es geht ja jetzt gar nicht um Geisterfahrer es geht ja jetzt auch nicht darum wo der Goetheplatz ist und dass sie über den Goetheplatz gefahren wären was aber trotzdem laut der polizistin ihre aussage war dass ich darüber gefahren bin und das war eine Anschuldigung eine Anschuldigung die plötzlich gar nicht mehr im Raum steht weil die plötzlich komplett egal ist dass da eine Falsch Anschuldigung drin steht die man nicht aufklärt wo auch gar nicht danach gefragt wird die lüge mit dem Geisterfahrer ach ist ja auch egal darum geht es ja auch nicht es geht nur darum dass sie mir eindeutige Anweisungen gegeben hat und ich denen nicht gefolgt bin warum bitteschön wenn sie sich hier oben täuscht mit dem Goetheplatz warum wenn sie sich hier mit der Spur täuscht und lügt und die Unwahrheit sagt wie kann man dann sagen dass sie mir Anweisungen gegeben hat das stimmt aber das glaubt sie ihr aber 100% jetzt nachdem sie zweimal gelogen hat glaubt sie ihr 100% dass wenigstens das stimmt dass sie gesagt hat halt du bleibst hier stehen bitte nicht weiter fahren hier ist nämlich mein Auto und ich einfach scheiß drauf und fahr durch das Auto durch fahr zurück fahr nochmal durch die Menschen fahr hier oben durch fahr gegen den Brunnen steig nochmal aus kack ihr nochmal vor die Füße und fahr wieder weiter es ist totaler Schwachsinn es ist alles so unlogisch es ist so dämlich und dann sitzt sie dort die hat irgendeine schwarze Jacke angehabt einfach die hat keine Mütze aufgehabt , sie hatte keine Mütze auf sie hatte keine Warnweste an sie hat einen Scheiß Dreck gehabt und sagt sie war ganz deutlich zu erkennen auf ihrem Rücken stande Polizei wie soll ich bitte ihren Rücken sehen wenn sie laut ihrer eigenen Aussage ja die ganze Zeit zu mir geneigt war und mir ausgelacht es reicht jetzt aber die Richterin auch jetzt reicht es aber Herr Hess und ich habe wirklich gedacht ich bin im falschen Film denn auf einmal ist jeder gute Eindruck den ich von der Richterin hatte weg und die Richterin hat einfach nur noch mit der anderen sympathisiert die haben sich ich bin eingetragener Fahrer da muss man sich dann noch rechtfertigen ich ich fahre meine Mutter damit zum einkaufen ich fahre sie da ins Kino ich fahre sie irgendwo hin wenn sie ihre Steuererklärung machen muss ich bin sozusagen ihr Taxi es ist ihr Auto aber ich ermögliche ihr überall hinzukommen ich fahre sie da gerne wir unterstützen uns da und selber mache ich so gut wie keine Unternehmungen mit dem Auto wenn dann ist Mama meistens dabei weil im Prinzip ist es ihr Auto und ich fahre einfach nur wenn sie Hilfe braucht aber dann wird man diskriminiert dahingehend was hat das damit zu tun ich verstehe es nicht und dann fängt die an wirklich mit ihrem das ist das ist Quatsch sie hat die Straße blockiert ich bin in den Gegenverkehr gefahren obwohl es ja erst hieß dass ich über den Goetheplatz abgebogen bin und es ist so ein Wirrwarr und sie hat gar nicht gesagt dass ich rumdrehen soll sie hat mir ein Zeichen gegeben dass ich da stehen bleiben soll komischerweise in dem Brief in beiden Briefen die kamen mit der Forderung stand immer drin dass die Verkehrsregel eine Weisung war dass ich hätte mein Fahrzeug wenden sollen wie kann man also diese ganzen Sachen diese ganzen Widersprüche einfach außer Acht lassen und sagen ja Herr Hess ich glaube sie wollen sich jetzt nur raus reden und Schadensbegrenzung machen wenn ich Schadensbegrenzung hätte machen wollen dann hätte ich die 20 Euro bezahlt und hätte kein Stress gemacht und wäre froh gewesen dass wenn ich auf der Gegenfahrbahn abbiege oder zweimal durch die Menschenmenge durchfahre dass ich eben mit 20 Euro davon komme ein Amok Fahrer der nur 20 Euro bezahlt da kommt man klimpflich davon warum sollte ich dann wenn ich so im Unrecht bin mich dagegen wehren bei einem Streitwert von 20 Euro ich wollte nur erklärt haben wie diese zwei Behauptungen zustande kommen die vor Gericht plötzlich gar keinen Wert mehr hatten es plötzlich gar nicht mehr darum ging und es nur noch von der Richterin hieß dass ich wohl die Verkehrsweisungen der Polizistin nicht verstanden habe sie hat mir sicherlich welche gegeben aber ich wusste nicht was sie bedeuten und deshalb habe ich falsch gehandelt aber das Dummheit schützt vor Strafe nicht deswegen wurde ich jetzt verurteilt muss jetzt also noch mehr bezahlen trage die Gerichtskosten kann dagegen noch vorgehen auch mit einem Anwalt oder irgendwas drumherum aber ich verstehe es nicht wie man wie man so unfähig sein kann als Richterin selbst als ich habe jedes Mal wieder mein Wort erhoben habe reingeredet habe ihr das erklärt habe gesagt ich fasse das nicht denken sie doch mal nach wie das ist und wie das und so sie wollte einfach nur heim sie war genervt für sie war das ding schon gegessen bevor sie überhaupt stattgefunden hat das für mich auch eine sache weshalb ich jetzt die schnauze voll hatte weshalb ich gestern gesagt habe es muss sich was ändern denn ihr seht in dem video ich habe noch alles ich habe meine Haare ich habe meinen Bart ich habe meine Augenbrauen ich habe alles aber dieser tag er hat mich so zurückgeworfen in allem in jeglichen glauben an die menschheit in allem wo ich dachte dass es irgendwo noch gerechtigkeit gibt aber dass eine polizistin so offen im gerichtssaal lügt weiter lügt noch mehr lügt ihr glauben geschenkt wird wo sie ganz alleine steht mit ihrer aussage und ich da stand eine zeugin hatte wir beide das gleiche gesagt haben unabhängig voneinander und es plötzlich heißt ja meine mutter ist ja nur beifahrerin die hat ja die geht der verkehr ja eh nichts an die kann gar nichts dazu sagen weil die achtet ja nicht auf den verkehr wenn sie nebendran sitzt so eine dumme aussage von der richterin einfach nur und so eine dumme aussage von der polizistin einfach nur ich verstehe es nicht die leute machen einfach mit dir was sie wollen und sie brauchen sich nicht zu wundern irgendwann wenn die leute durchdrehen wenn die leute amok laufen wenn die leute gegen das gesetz sind wenn die leute nur noch scheiße bauen und durchdrehen im Endeffekt hätte ich einfach auf der kreuzung stehen bleiben müssen aussteigen mich mitten auf die kreuzung schmeißen und laut rumschreien weil ich überfordert bin mit der situation da ich nicht weiß was darf ich überhaupt was darf ich nicht ich muss jedes mal Angst haben wenn ich derjenige sagt es ist egal ob es berechtigt ist ich verstehe es nicht ich verstehe gar nichts guckt euch das an ich war so fröhlich mit meiner Nicolas Cage Frisur mit meinem Bart mit allem drum und dran die Leute haben sich gefreut über mein Zöpfchen über alles aber du musst hässlich sein in dieser Welt und du musst dich hässlich verhalten du darfst nie an was Gutes denken und an was Gutes glauben denn du wirst einfach im Leben nur niedergemacht wenn ihr andere Erfahrungen habt ich beneide euch darum aber bei mir ist es schon immer so egal was man macht egal was mir fehlen einfach die Worte ich kann dazu nichts mehr sagen wer es ganz geguckt hat kann ja mal reinschreiben Adolf der Wahl dann wissen wir Bescheid der Werbung macht für den Livestream am Montag ich fühle mich mittlerweile wie der Joker im Film der einfach nur von jedem mit Füßen getreten wird und einfach nur fertig gemacht ich verstehe es nicht guck dir die dreckige Justin Bieber Frisur an da bist du schon am Boden du bist der liebste beste guteste Mensch auf der ganzen Welt und trotzdem kommt jeder und scheißt dir in die Fresse ich verstehe es nicht so kann es einfach nicht weiter gehen das war es aber jetzt von meiner Seite aus eine Folge Ramses Hate Blog in der XXL Version ein letztes Mal mit Haaren denn das ist dann vorbei danach sieht man aus wie ein Peniskopf aber irgendwo muss man was machen um die Leute zu erschrecken um die Leute vielleicht auch einfach von einem fernzuhalten vielleicht war sie einfach kein Nicolas Cage Fan und deswegen hat sie da so entschieden dass Nicolas Cage einfach eine Abreibung braucht ich habe keine Ahnung das war es auf jeden Fall von meiner Seite wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Euer Ramses Euer Ramses Euer Ramses Euer Ramses